In meiner neuen Folge, Nothof 1.1.2, die Feuerwehr-Simulation. Wir sind beide wieder da, wenn wir filmen. Ja, jetzt suchen wir mal unsere Beine. Wir suchen eigentlich. Jetzt suchen wir von der Beine. Ja, wir sollten eigentlich suchen, weil wir tun alle Videokumpel. Oh, da sind Kranken-Kumpel-Warts. Los! Oh, möglich ist jetzt kein Alarm, weil ich will jetzt was machen. Aber das geht nicht los. Alarm, wo wir uns veröffentlichen, nee, das können wir auch nicht. Können wir die Toilette einladen? Oh, die kommt dran. Aufmachen, warten wir vor mir. Die Feuerwehr-Geräusche sind am Fluchten. Ja, vor mir. Aufmachen, aber da war es nicht mehr, aber hier. Los! Das ist nicht. Das ist nur vorne. Aber du gehst abspannen. Da lang rein. Nein, du den Treppen. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Ohne Tor kann man nicht rausfahren. Nee, nee. Oder auf den Move fahren. Wollen wir das Auto auf den Move? Ja, ich fahre aber auf den Move. Aber los, Robbitt. An die Move fahren. Und... Nein, jetzt nicht. Ich leck mich erst mal auf die Straße. Auf die Straße erst mal. Ich fahre, ich fahre, ich fahre vorsichtig um die Dürfe. Weil wir müssen auch gleich wieder umgehen. Und das Auto ist hier. Wenn du was bremst, Mann, habe ich dir erklärt, schon in der letzten Folge. Und wenn du vorwärts fährst, bremst du mit rückwärts. Und wenn du rückwärts fährst, bremst du mit rückwärts vorwärts. Stopp. 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 Jetzt steigen wir auf. Umarwärts. Nein, nein, ich bin nicht reinsteigern. Vorwärts. Stopp. Aber was machen wir jetzt mit, Mann? Den habe ich gemacht. E? Nein. E? E? Losverwärts. Der macht mir dann lieber eine Blut. E? Über gewissen Eignis einsetzen. Nein. Warte, das bleibt noch nicht. Doch nicht. Ich habe mich E gesagt. Nur wenn ich E sage. Nur wenn ich E sage. Oder gut. Dann gehen wir los. Warte. Los, Robert. E? 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 Oh, Einsatz. Ähm. TLS machen wir nicht. Äh. Wir haben wieder geflogen. Äh, wieso habe ich nicht, wieso habe ich es zum Einsatz zugesagt? Ich bin so dumm. Wieso habe ich nicht abgebrochen? Dann können wir jetzt weitermachen. Ich bin so dumm. Ähm. Den nächsten Einsatz darfst du besser nicht zustimmen. Ja. Renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Dann? Warte, nee. Warte. Warte. Alles läuft nicht. Warte. Verstanden. Nein. Zu den Stangen! Ah, was hab ich getan? Zu den Stangen! Zu den Stangen! Zu den Stangen! Ah, was hab ich getan? Ah, hier kommt kein Stang mehr. Schneller! Ich bin bis dann nicht mehr. Das ist eben so ein Ausdruck. Das ist so schön! Das ist auch kein Stang mehr. Aber ich fahr um eine Zimmer. Ja, und ich fahr immer immer ein Stück raus. Ja? Äh, Muttern! Wir müssen... Ja, stopp! Ich bin dran! Los, los, los! Ich sag mal ein... Ja? Ja? Wenn zu mir! Wenn alle so rupf, frage ich... Ja, frage ich. Tim guckt immer aufs Nagel, wo lange wir blinken, wo lange wir müssen. Da muss ich es nicht immer sagen. Dann kann ich einfach durchragen. Ja, ich bin doch nicht... Ja, ich bin doch... Ja, ich bin doch... Ja, ich bin doch... Hey, du musst denn nur die Kurve... Ja, ich bin doch... Wenn... Wolle doch mal auszuklicken! Hier. Ich habe da nicht. Hä? Hier kann ich auch nicht. Ich habe da nicht. Wenn... Dann warten wir hier, wenn sie keinen Fall gibt. Feuerwerk kommt nicht los und dann. Oder lass es nicht gehen. Oh, schnell, schnell, schnell! Woher? Au! Entschuldigung! Hey, Tim, mach doch dann mal Platz! Da ist ein Brand, Junge! Immer in... Immer in... ...ein... 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 ...au... ...e... ...baupumpe. Tim, wo gehst du hin? Nee! Willst du uns verbrennen? Nee! In der letzten Folge hast du gesagt, wir spielen... ...so... ...als ob man... ...verbrennen kann. Hör doch mal auf zu spielen! Wir haben einen Auftrag! Tim, geh vorwärts! Tim, geh vorwärts! Es geht um Menschen wegen... ...ein... ...und... 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 ...wo sollen wir jetzt hin? Wo ist dieses Teil... ...und... 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 Ok... Ich glaube das ist die Auf-Unte... E... 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 Auf... Unter... E... Auf... E... Ok... Wir gehen vorwärts! Ich hoffe das ist die Auf-Unte... E... Ja... Warte... T... Uuuund... Uuuund... Uuuuun... Uuuun... 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 Auf-Une... Ok... Es ist aus... Ich habe keine Frau von der Pumpe. Wie ist die Frau von der Pumpe? So, jetzt aufwärts. Ey, Tim weiß nur noch in einer Folge so, wo wir dann stundenlang unser Auto besucht haben. Und so stundenlang haben wir uns das Auto besucht. Nur um keine zu machen, welcher. Nur so was wollen wir nicht, konnten wir auch in der Feuerwaffe bleiben. Nein, wir waren ja Fahrer. Wie sollen sie sonst ohne uns zum Einsatzort? Wenn einer hier los geht nicht. Ja! Ja! Und dann ... ... also ... ... noch mal ... ... hier ... ... hier ... ... hier ... ... in Wendball ... Ich brüner hier ... ... mit denomen Hassent Talen! ... Hör doch mal auf! 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 Hör ja! 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 E! Hör ja! 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 Tim! Hör ja! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was hab ich gemacht. Ey, Tim, hör doch mal auf. Oh, scheiße. Jetzt kann ich nicht mehr so ein Fahrzeug wechseln. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich kann auch nicht. Ich bin so dumm. 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 Ähm. Ich bin so dumm. Los, los, los. Ich bin so dumm. 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 Hey, wir müssen immer nur zu mir abbiegen. Hey, der ist so dumm. Nur bei einer Ampel macht er so an. Gut, 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 gut. Er kann nicht mehr bremsen. Das ist so dumm. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Jus, Jus. Ich habe ein paar Fahrraden. E, E, E! E! Los! Vonwärts! Vorwärts! Such mal! Warte! A! E! 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 Warte! Vorwärts. Vorwärts. Los, los. Stopp. Noch ein bisschen Action. Los, vorwärts, vorwärts. Vorwärts. Ich bin müde. Und gleich nebenan ist die Wache. Ist egal, los, vorwärts. Ey, Tim. E. Q. H. Los, vorwärts. Tim. Was soll das? Q. Nehm. Tim. Hör auf. Tim. 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 Hör auf. Tim. Am Rick. Drei. Hör auf. Drei. Hör auf. Bevor wär's. Die haben den Körlisch versteckt gelöscht. Ich bin einbeuglich. Los! Hör doch auf! Hör doch auf! Hör doch auf! Schau! Ich werde richtig guten! Ich werde richtig guten! Vorwärts! Vor kurz! Hör doch auf! 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 Das ist so dumm und praktisch. Wir müssten nicht mehr laufen. Wir müssten gar nicht um einsatz fahren. Wir könnten einfach laufen. Ja. Hallo. 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 Egal. Wie kann ich mir helfen? Das ist so praktisch. Stimmt. Hallo. 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 Ich muss noch eines eingefallen werden. Tim. Hör auf E. Hallo. 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 Das ist so schön. Ja. Das ist so schön. Ja. Das ist so schön. Okay. Ja. Das ist so schön. Die Wir müssen hier füllen. Das war schon kleiner... 2... Ja. 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 Das ist ein kleiner Schokolade. Hm? Hm. Schauen Sie auf Ebay. Hm. 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 Ok. 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 Vielen Dank.